Ach ne, ich muss die... Müssen wir mal eben kurz rüber. Da haben wir ja auch noch welche von, glaube ich. Scheißendreck. Ich bin immer noch erstaunt, wie flüssig das jetzt hier läuft. Und das ist jetzt der... Moment, ist das jetzt Medium? Ne, das ist sehr leid. Okay, pass auf, wir gehen nochmal auf dem Medium, auf dem Medialen. Wir hoffen, dass es... Ich weiß nicht, warum es vorhin, ob es sich jetzt hält. Aber ich sehe ja auch nicht wirklich den Unterschied irgendwie. Ja, ne, lass mal. Hatten wir... Ne, also das hat... Egal, er knallt sofort zusammen, läuft ein Stück und dann... Ne, ist egal. So, pass auf, wir bringen jetzt mal eben die Steine hier unten runter. Dann Stein, Stein, Steinziegel. Ach, guck mal, wir haben... Ne, warte, pass auf, machen wir anders. Brauchen wir die Steine nicht. Nehmen wir die Steinziegel mit. Ähm, dort. Nehmen wir denn die Dreckkiste da. Nein, die brauchen wir nicht, oder? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die brauchen wir. Stein, Stein. Ach, pass auf, wir nehmen die auch mit. Können wir uns im Extremfall... Pack das mal so lange hier rein. Ähm, Meterquartz. Ach ja, ich hatte letztes Mal auch in den Meter reingeguckt, kurz. So, und... Die Sonne geht auf. Ah, es sieht richtig cool aus hier, finde ich. Ne, da geht der Mond unter. Die Sonne müsste da hinten aufgehen, genau. So, was wollte ich... Wurde ich denn irgendein noch was... Ja, aber wie gesagt, mit den einbrechenden Frames. Es ist auch kein High-End-PC hier. Das muss man gleich vorweg nehmen. Das ist lediglich jetzt eine etwas fixere Grafikkarte. Ich bin von AMD weg, endlich. Freue mich auch richtig drüber, weil... Ja, es ist... Ja, ich kenne jetzt 2-3, der... Aus... von AMD und war einfach nur... Ja, im Gegensatz zu der, ne? Muss man nicht viel drüber reden. Wo ist jetzt die zweite Tür geblieben? Alter, verarsch mich jetzt nicht. Ne, ist die Tür weg? Oder haben wir die eingesammelt? Wo ist die Tür? Ey, jetzt sag nicht, die ist hier liegen geblieben, bis wir wieder da waren, um sich dann aufzulösen. Egal. Wir haben im Moment die Monster-E... Ach, da ist sie. Wir haben im Moment die... Ah, scheiß Faden. Die Monster-E deaktiviert. Weil, wie gesagt, es nervt. Ja, auf jeden Fall, ich bin auf Nvidia gewechselt und es ist viel, viel schneller. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es unbedingt an der Marke liegt, sondern nur an der... Oder an der Reihe. Keine Ahnung. So. Och nee, ne? Da müssten wir hier noch ein weiter runter gehen. Scheiße. Ja, hab ich super überlegt. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach nur das Ding da rausnehmen können und... Aber nee. Nee, wenn, dann machen wir es richtig sofort. Oder gar nicht. Am besten gar nicht, ne? Nein, Quatsch. Ja, mich... Aua. Ärgert das immer noch mit der verlorenen Aufnahme? Da war wirklich... Da waren so ein paar mehr Ideen drin. Auch was... meinen Monolog angeht. Ja. Die Aufnahme ist jetzt wieder unvorbereitet. Einfach mal... Wir nehmen jetzt auf. Und... Ich habe mir keine Themen bereit gelegt. Ich glaube, wir könnten auch noch mal eben gleich kurz runter gehen. Noch ein bisschen Kies sammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir hier und wie viel Kies wir haben. Auf jeden Fall wird es hier richtig groß drin. Ich bin auch noch am überlegen, was man noch nebenbei bauen könnte. Also zudem, wir wollen ja ein kleines Dörfli bauen. Was könnte man eigentlich noch gebrauchen? Neben den Häusern einen Bauernhof. Der wird beim nächsten Mal gebaut. Eine Mühle wäre ganz sinnvoll. Eine Kirche eventuell. Ja, doch eine Kirche. Irgendwo ein Friedhof. Ja, nicht unbedingt zentral gelegen. Aber sollte auch schon sein. Ich glaube, wir machen das alles mit Steinen hier unten. Wir müssen noch Steine brennen. Pass auf. Dann lege ich jetzt mal eben eine Schicht hier drüber. Aber, dass das hier aufbleibt. Dann sammeln wir nämlich nebenbei auch noch mal Steine ein. Wieder klack, war klar. Was war das denn jetzt? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Hä, wieso? Hä? Ja, Schweini. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Da hat er auf die Erde gewechselt, auf die gewechselt, auf die Kobolds gewechselt und wieder zurück gewechselt. Äh, hä? Scheiße. Hat noch gerade so einen kleinen Legsby hier drin. Wie gesagt, das ist kein Hochleistungsrechner. Äh, aber doch jetzt wieder stabil 60. Kriegen wir den Boden hier echt zu? Tatsache. Jetzt ist die Frage, bauen wir das Lager auf eine Etage oder auf zwei? Das ist jetzt noch eine berechtigte Frage. Ja, die Höhlentour zur Folge 100. Ich fand es eigentlich ganz witzig, aber von der Ausbeute, naja, war es echt. Sorry, aber ein Griff ins Klo. Jetzt brauchen wir Stein. Stein, Stein, Stein. Haben wir noch mehr Stein? Ne, Pflasterstein. Pflasterstein haben wir reichlich. Zack. So, wir teilen das mal ein bisschen auf. Zack. So. Äh, den brauchen wir immer noch nicht. Immer noch nicht. So, pass auf. Dann machen wir das mal eben hier oberflächlich. Ich glaube, das verbrauchten wir jetzt auch gar nicht mehr. Nice. So. Äh, wenn wir jetzt schon wieder... Äh, äh... Egal. Pass auf. Wir ballern immer ein paar Sachen raus. Ja, ich glaube, die lösen sich nach ein paar Minuten auf, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Schaufel noch hält. Dann holen wir uns hier um noch ein bisschen Kies raus. Zumindest gucken wir viel hier noch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Sag ich schon, ach, du Scheiße. Ist das die nächste Höhle oder kennen wir die schon? Wir können gleich mal eben kurz schauen. Aber ich glaube nicht, dass wir schon wieder in eine gehen. Oder? 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 Doch mal Diamanten finden. Hm, hm, hm. Ich weiß es nicht. Na, erstmal bauen wir jetzt nur den Kies ab. Das Geröll, oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube... Ich höre Lava. So, oh. Ich glaube, wir leuchten das erstmal aus hier. Ja. Ich glaube, wir bringen erstmal ein paar Sachen rüber eben. Ähm, warte. Nur mal so Interessen halber eben. Ich weiß auch nicht, warum ich die Stufe hier reingesetzt habe. Macht aber irgendwie was her, finde ich. Oh. Ja, ich weiß, mit der Schaufel geht schneller. Ähm, so. Ja, jetzt brauchen wir die Fackel. Wieso hängst du denn da? Ja, doch. Äh, ich würde sagen, wir machen es sogar noch ein breiter. Weil das sieht mir eigentlich schon zu eng aus. Oder, oder, oder. Warte, warte, warte. Wir machen das ganz anders. Ja, das heißt so anders auch nicht. So, dann nehmen wir die Wand hier raus. Geht ja jetzt nur um den vorderen Teil. Ich weiß, haben wir gerade erst gelegt. Und schon ist sie wieder weg. Ups. Wieso ist denn hier oben so viel Roll? Naja. Warum frag ich mich eigentlich? So, passt uff. Dann brauchen wir mal eben Licht hier. Und... Zack, zack. Immer noch eins, zwei, drei, vier. Dann muss die jetzt auch noch weg. Ja, sollten wir in die Höhle gehen, darf ich dann nicht vergessen, die Monster einzuschalten. So, äh, jetzt muss die Wand auch noch hier raus. Fackel. Hm, warte, warte, warte. Ja, doch. Wir brauchen aber nicht bis nach unten. So, warte, jetzt holz. Ich glaube, hier war eh die Stufe. So, guck mal. Ja. Ja, das war jetzt noch besser. Ja, egal. Nee, warte, da braucht nichts. So. Warte, wir machen mal eben hier.